Okay Leute, ihr wisst, woher Superhelden und Superhelderinnen ihre Fähigkeiten haben, oder? Richtig! Sie essen jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Okay, die Nummer mit den Superhelden war Blödsinn. Aber Vitamine und Mineralstoffe sind dennoch wichtig und machen euch fit in der Birne. Apropos Birne, ich hab da einen Song, der handelt von Obst und Gemüse und dem ganzen leckeren Kram. Dazu brauch ich allerdings eure Unterstützung. Also, los geht's! Was ist grün und rund und fresh? Äpfel und Limonen. Was schmeckt knackig, wenn ihr es esst? Kopfsalat und Bohnen. Was steckt eurer Achtwerkraft? Orangeln und Zitronen. Was ist süß, was ist taff? Erdbeer-Pelonen. Ist nicht clever, sei smart, dann kommst du voll in Fahrt. Ist nicht clever, sei smart, dann bleibst du fehl und schlag. Ist nicht clever. Mein Lieblingsauflauf-Leibgericht? Kartoffeln, Mais und Möhren. Kartoffeln, Mais und Möhren. Was ist auf dem Kuchenpfecht? Jede Menge Beeren. Was ist mega fetter? Klein- oder Flosamen. Was ist hip, was ist nice? Kiwi-Bananen. Ist nicht clever, sei smart, dann kommst du voll in Fahrt. Ist nicht clever, sei smart, dann bleibst du fehl und schlag. Ist nicht clever. Ist nicht clever. Ist nicht clever, sei smart, dann kommst du voll in Fahrt. Ist nicht clever, sei smart, dann bleibst du fehl und schlag. Ist nicht clever, sei smart, sonst hast du den Salat. Ist nicht clever, sei smart, dann bleibst du fehl und schlag. Ist nicht clever. Ist nicht clever. Ist nicht clever, sei smart, dann bleibst du fehl und schlag. Ist nicht clever. Das war's für heute.